Okay, wir machen weiter mit ein paar Einzelspielerkarten. Wir werden nicht alle durchspielen, weil ich ein paar davon noch sehr gut in Erinnerung habe. Also die werde ich nicht nochmal spielen müssen, um für die Review was dazu sagen zu können. Aber ein paar möchte ich nochmal durchgehen. Zeit zum Prokrastinieren, let's go! Zeit zum Prokrastinieren, let's go! Ähm, muss ich aber erstmal wieder den, äh, den normalen Patcher finden. Nein, ich will nicht die neue Version haben. User Script Blue. Zohra. 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 Ähm, okay. Ich wollte schon sagen, geht es auch von selber weiter. Das Traurige an diesem Spiel ist, dass es halt einfach nicht fertig ist. Und es war alles da, um einigermaßen einen Siedler nachzuzeichnen. Halt mit einem anderen Fokus, aber trotzdem noch mit den Kernelementen intakt. So, das erste, was wir machen, ist Erik und Helios holen. Und ansonsten übertreiben wir direkt mal mit Leib eigenen. So, ihr geht Holzhacken. Wenn die sich nicht immer so staunen würden. So, ihr geht Steine holen. Da passt das auch in die Siedlerei, das ist nicht mal fertig. Das ist leider wahr, ja. So, ihr geht Lehm holen. So, wir brauchen unbedingt ein Haus hier drüben. Mit unseren Gelehrten durcharbeiten können. Eins, zwei und drei müssten fertig gewesen sein. So, das heißt... Erik und... Okay, stimmt, Helios ist gar nicht hier, aber Salim wäre ganz nützlich. Ja, das werden wir viel zu hören bekommen jetzt. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, wir bauen direkt die Burg aus. Nichts lieber als das. So, womit greift Yellowstone so an? Das sieht ziemlich gut gemischt aus. Also, ich habe die Karte schon mal geschafft. So ist es nicht, aber ich weiß, dass man hier ziemlich unter Druck gesetzt wird. Nach einiger Zeit. Hier ist noch ein Lehm schacht. Den sollten wir eigentlich zeitnah erobern. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja! Das stimmt, leicht ist die Karte nicht. Aber wir können ja mal ein bisschen hier helfen. Wie ihr wollt. Ausbau fertig. Komm, direkt erstmal Handel erforschen. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Es gibt zu wenig Betten. Da sind feindliche Leibeigene. Die sollten wir möglichst schnell abmorksen. Aber gern! Ja, stimmt. Wenn man weiß, wo die KI baut, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Euer Wunsch ist mir befehlen. Lehrt sie das Fürchten! Es ist Zahltag. Nieder mit ihnen! Folgt mir, Brüder! Einer eurer Helden wird angegriffen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, natürlich. Folgt mir in den Kampf! So, töte bitte die Leibeigenen. Der Sieg wird unser... Sollt sie die Leibeigenen töten. Angriff! Lasst mich bitte meine Arbeit an. Ihr tötet auch die Leibeigenen. Boah, zum Glück halten Ballistat. Hören wir nichts aus. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Angriff! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Ja. Jawohl. So sind die jetzt abgehauen? Angriff! Für die Ehre! Sofort! Natürlich! Jawohl! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Jupp! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, die Leibeigenen müssten ja dann auch weglaufen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Eurek! Sei doch nicht so dumm. Wie ihr wünscht, mein Herr. Nieder mit Ihnen! Feinde haben einen Held attackiert. Jetzt muss ich hier... Zahni, wir brauchen eine Falle. Das funktioniert auch nicht. Ihr habt es so gewollt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elf. So, ihr haltet die Stellung. Dort oben im Baum. Hälfte! 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 Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe... So, jetzt könnt ihr nämlich die Leibeigenen alle töten. Feinde haben einen Held attackiert. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ja! So, Steine benötigen wir gerade nicht in rauen Mengen. Sie schüttet. Nichts lieber als das. Ja! Sie schüttet. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Und ich will hochwertige Schuhe haben. Äh? Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Hälfte! Es gibt nicht genug zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Das sind aber auch nicht unbedingt ein paar Sperrkämpfer. Ist ausgebaut. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Und dann... Dann haben wir den Alp übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Okay, die ziehen sich wieder zurück. Können meine Leibeigenen eigentlich auch verbündete Gebäude reparieren? Nein, dürfen sie nicht. Aber ansonsten scheint es hier sich jetzt beruhigt zu haben. Wie ihr wollt. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Das eine ist voll. Sofort. Euer Wunsch ist mir befehlt. Seid unbesorgt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Dann holt mal das Eisen. So, dann wollen wir nämlich bald die Sägemühle haben. Für bessere... Dings. Oh, da sind ja auch noch Truhen. Sehr wohl. Gut. Da sind Truhen. Kein Problem. So, fort. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Hier bleib ich gern. Ausbau fertig. So, ihr seid auch fertig. Gibt es hier noch irgendwo Lehm? Da vorne, aber das sieht eher nicht so aus, als wäre es nützlich. Hier können wir noch welchen abbauen. Schade vielleicht auch nicht ein paar Leibeigenen in der Gegend zu haben. So, da unsere Gegner viel mit, äh, mit Kavallerie hantieren, will ich da auf jeden Fall meine Speerträger haben. Hier hinten? Gut. In Ordnung. So gut ich kann. Jawohl. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Sägewerke beginnt mit der Arbeit. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Ja, stimmt, dass wir irgendwie seine Liebe zerstören können? Ja. So, Erex, Salim, Dario. Dann... Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Da die relativ immer noch sehr viel Kavallerie haben. Gehen wir mal weiter auf Speerträger. Wir haben gar nicht genug Bevölkerungslimit für das hier. Gibt es hier irgendwo einen zweiten Siedlungsplatz? Da ist ein Siedlungsplatz, da ist ein Eisenschlacht, Lehm. Aber ich denke halt, mit Erex dürften die ja einen krassen Boost eigentlich alle kriegen. Das heißt, wir sneaken uns einmal vorbei. Wird gemacht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Hoch. Merkt die KI was? Attacke! Ja, mein Herr. Wir erledigen das. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Angriff! Folgt mir, Brüder! Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Bis in den Tod! Auf in den Kampf! Für Ruhm und Ehre! So, euch brauche ich auch nicht mehr hier vorne. Macht sie nieder, wie ihr befehlt. Lasst mich eure Wunden sehen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja! Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Jawohl! Ja, mein Herr! Sofort! Der Tag der Abbrüche! Steuern und Schuld werden gezahlt. Der eine war ja auch noch voll. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Ich tue mein Bestes. Jawohl! Ihr werdet angegriffen. Angriff! Baut euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt auflegen zu können. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jawohl! Für die Ehre! Leert sie das Fürchten! Ergreift sie! So, jetzt räumt mal bitte hier auf. Feinde hat ein Bild attackiert. Ich tue mein Bestes! So, ich brauche euch jetzt nicht mehr unmittelbar. Ihr könnt auf Stein gehen. Wenn meine Helden nicht so ein Talent hätten, genau da zu sein, wo sie nicht sein sollten. In Ordnung. Nur Mut! Wir werden siegen! Attacke! So, du kannst zurück. So, lockt die mal bitte weg. Ihr werdet angegriffen. Ihr zerstört die Kanone. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Bis in den Tod! So kommt ihr uns nicht davon, freudige Hunde! Angriff! Hallo Akbar! Wehe euch, ihr Ungläubigen! Auf sie, Allah mit uns! Mit Freude, sieben! Komm schon! Ihr werdet angegriffen. Auf sie, Allah mit uns! Gott, Mika und Medina, natürlich! Komm, hier! Angriff! Angriff! Ihr Sieg! Sag mal, kriegt ihr das jetzt hin? Angriff! Der Sieg wird unser sein! Jawohl! Angriff! So sei es! So sei es! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ne. Feinde greifen. Ah, reloaden wir einmal. Es regnet! Einige Sieg! Warte! Die... Wenn ich speichere, ist es nach Slots sortiert und wenn ich lade, ist es nach Namen sortiert? Wie ihr befehlt! Jawohl! So, gute Schuhe! Hier! Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Lasst mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Zahltag! Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen! Erex, da liegen wir dort auch hier rüber. Ja, natürlich! Mit nur einem Siedlungsplatz ist es halt echt schwer, hier mal irgendwas zu bauen. Alles weg! Und diese eine Leib-Eigene kann man hier rüber gehen. Hier geht auf Steine. Ach, Konstruktion hier, Zahn hat das noch nicht erforscht. Ja, ja. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Aber leider die Falsche, ne? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Seid unbesorgt! Wir kümmern uns darum! Ein Schwefelschacht? Ich meine, hier wäre auch ein Dorfzentrum gewesen. Aber gern! Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Das hier sieht so offen aus. Hier muss doch irgendwo ein Dorfplatz sein. Noch ein Leib-Schacht. Ja, endlich! Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Wenn's denn sein muss. So gut ich kann. Auf sie! Ergreift sie! Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Ja. So, das dauert noch einen Moment. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ihr müsst mehr Steine besorgen. So, zwei Ballister-Türme sollten schon mal gut helfen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Und das hier sieht nämlich aus, als wären hier jede Menge Steine. Okay, hier brauchen wir Pilgrim. Ja, ihr habt nicht genug Thaler. Kein Problem. Ja. Ja. Komm, Eis und Schäfel, die können wir erforschen. Ausbau vollbracht. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Es sind nicht zu wenig Betten in eurem Reich. Es geht durch genug Essen. Dann wäre das ja eine gute Investition. Es regnet. Ah. Es sind Ordnung. Natürlich. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und dann, dann haben wir den allen über das Wort gehabt. So, wir brauchen keine, keine, ähm, Siegelhütte. Aber ein paar Steinmetze wären gut. Nichts lieber als das wird erledigt. Ausbau vollbracht. So gut ich kann. Ja. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Lasst mein Volk in Frieden. Nichts lieber als das. So, was könnt ihr noch abbauen? Hier gibt's nix mehr zu holen. Ja, ist gut. Fertig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sofort. Seid unbesorgt. Fertig. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun wenden. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Heureka. Eure Bauernhöfe. Ist halt auch so ein Ding. Die KI greift halt oft gar nicht erst an, sondern marschiert nur ihre Truppen irgendwo rein. Wir erledigen das. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Fertig. Ihr wart doch vorhin hier. Das wage ich nicht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Es gibt nicht genug zu essen. Ist in Ordnung. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feins. Sollte es viel mehr scouten. Ich muss sowieso erst mal gucken, dass ich bauen kann. Sicher? Ich kann meine Macht ja nicht projizieren auf unbegrenzte Reichweite. Ich denke, ich bräuchte auch eigentlich Pilgrim. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. So, komm. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausmachen. Das war mal eine Späfelgrube. Einfach nur für die Minenarbeiter. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Fertig, Meister. Ja, Herr. Braucht die Sperrlinie irgendwann Eisen? Ja, ne? Wenn ich auf Helle baden gehe, dann brauchen die, meine ich, Eisen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Feinde greifen euch an. Sehr wohl. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Fertig. Sofort. Fertig. Es gibt nicht genug zu essen. Aber gern. Na gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Hier war auf jeden Fall auch eine Lehmhütte. Sofort. Wenn's denn sein muss. Einfach nur, dass ihr irgendwas zu tun habt. Wir haben einen Arbeiter attackiert. Dann gehen wir hier auf die Streitlanzenträger. Dann probieren wir das gleich nochmal mit der Kanonengießerei. Fertig. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. So, Häuser ausbauen. Die Gruben können wir ausbauen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wir erledigen das. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Gib mir mal irgendwelche Leiteignen, die einigermaßen nah dran sind. Ja. Ausbau vollbracht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Attacke! Ausbau vollbracht. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Hier geht auf Lehm. Der Feind attackiert eure Siedlung. Eure Bauernhöfe produzieren... Hier macht man ein paar Bäume weg, einfach nur, dass hier ein bisschen Platz kommt. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Gerr, bis in den Tod. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Nur Mut. Wir werden siegen. Leert sie das Fürchten. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Gerr, macht sie nieder. Eurek, wo willst du hin? Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie ihr wünscht. Macht sie nieder. Und die starten auch noch mit hoher Erfahrung. Das ist natürlich total toll. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr befehlt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wenn's denn sein Bus sich schabert. Feinde greifen euch an. Streitet furchtlos. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Fertig? So, jetzt bitte die Kanonenfabrik zerstören. So, ihr macht sowieso kein Damage gegen Gebäude. Also zerstört ihr die Kanonen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Lasst mich eure Wunden sehen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, Herr. Jawohl. Wird gemacht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sofort. Alle Bauernhöfe sind belegt. So, tutet mal bitte die Leibeigenen. Wenn ich draufklicken darf. Erik! Weck! Warte, ihr macht das wieder sehr viel... Macht das schon wieder sehr viel knapper, als es sein muss. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Leer zieh das Fürchten. Auf in den Kampf. Salem ist zu Boden gegangen. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Wie war das? How it started? How it's going? Hier gibt's nix mehr zu holen. Leer zieh das Fürchten. Angriff. Leer zieh das Fürchten. Ergreift sie. Attacke. Ergreift sie. Regen meine Jungs und ich heute Abend frei. Attacke. Ja, ist gut. Zeitag. Ausbau vollbracht. Aber wir können die Schießanlage noch nicht bauen. So, ich hab vorhin... Doch, die sind ausgebaut. So, Ausbau von Sägemühlen. Das wäre auf jeden Fall wichtig für... Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gern. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jetzt trainiert doch niemand mehr. Erzähl doch nichts. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jawohl. Ja, Herr. So, bessere Rüstung. Natürlich. Oh, sie schadet. Ihr werdet angegriffen. Ausbau vollbracht. Macht sie nieder. Ja. Ja. Nur Mut. Wir werden siegen. Gern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, wir brauchen gleich auf Ambrust schützen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jupp. Es gibt nicht genug zu essen. Es ist Zahltag. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Sie schadet. So, ihr geht bitte hier drauf. Geschafft. Feinde greifen eure Häuser an. Lasst mein Volk in Frieden. Seid unbesorgt. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf in den Kampf. What an lovely day. Wir erledigen das. Jawohl. Ich bin in Frieden. So, I must consume drink. Es ist ein Ahnung. Euer Wunsch ist mir Befehl. Euer Dorf wird antwortet. In Ordnung. Jawohl. Ja, mein Herr. Regen meine Jungs und ich heute Abend frei. Na gut. Nichts lieber als das. So, Eisengrube. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Natürlich. Noch ein Eisen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Einer eurer Helden wird angegriffen. So sei es. Es sei. So soll es sein. Sicher. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachloses Eier. Zahltag. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude ist aufgebaut. So. Wieder reparieren gehen. Ja. Und dann brauchen wir echt noch ein paar... Nicht so wirklich viel Stein. Das ist das Problem. So. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja. Wie ihr wollt. Lehrt sie das Fürchten. Jawohl. So soll es sein. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lauf doch mal nicht immer da rein. Alle Bauernhöhenhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja, Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seid unbesorgt. Ja. Ja, Milord. Ja, Herr. So soll es sein. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Sofort. Nur Mut. Wir werden siegen. Jawohl. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Wie, Austria. Danke für die fünf Geschenken. Serbs. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wir haben auch die Tipps. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Zahltag. So, wir brauchen die verbesserte Sägemühle. Das war unten ist ausgebaut. Gemeindezentrum. Sie greifen an. Ja, jawohl. Wird gemacht. Ja. Ja. So, wir brauchen Pilgrim. Sonst kriegen wir nicht mehr Eisen. Oder war hier irgendwo noch ein Eisenschacht, der frei war? Ich meine, hier drüben ist einer. Aber der bringt uns noch nichts. Das Spiel ist normalerweise ziemlich leicht. Aber die Einzelspielerkarten ziehen schon ein bisschen mehr an. Vor allem, wenn man halt nicht vorher... Also, ich hab sozusagen grob im Kopf was passiert. Aber halt nicht alles. Sag mal so, wenn du einiges im Voraus weißt, kannst du auch auf einige Sachen schon vorher reagieren. So, ihr kümmert euch im Eisen. Auch eine Kirche. Und dann brauchen wir jetzt nicht die Zitadelle. Dafür brauchen wir aber mehr Taler. Ja. Sofort. Ja, Herr. Aber gern. Ja. Jawohl. Zahltag. Aber gern. Jupp. Ja, ja. Ihr braucht mehr Steine. Ausbau abgeschlossen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Aber wir können jetzt Uhren bauen, ne? Aber dafür brauchen wir Taler. Das ist das Problem. Aber wir haben schon ein bisschen Motivationenvorlauf. In eurem Reich. Der Feind attackiert eure Siedlung. Alle Bauernhöfe sind belehrt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, Befiederung. Verstört ihr mal bitte jetzt diese Kanonen? Kein Problem. Wird erledigt. Leert sie das Fürchten. Aber gern. So, wir holen noch mal Streitlanzenträger. Jawohl. Was mache ich denn hier? Ich tue mein Bestes. Jawohl. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Sägewerker ist traurig. Weil die Steuern zu hoch sind. So, Bauern und Bergmänner sind erstmal wichtig. Gelb scheint nichts mehr zu tun, nein. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. So, wir können mal Marschieren erforschen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Euer Wunsch ist mir befehlt. Wie ihr wünscht. So. Das holen wir uns noch. Machen wir mal eine erste Uhr. Also ich kann gerade die Steuern auch nicht einstohlen. Attackmove ist A. Es ist Zahltag. Einer eurer Sägewerke ist traurig. Weil die Steuern zu hoch sind. Geschafft. Ausbau vollbracht. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Auf in den Kampf. Feinde greifen euch an. Attacke. Wir erledigen das. So. Dann machen wir gelehrte Ingenieure und Priester als nächstes. Eure Siedler werden gesegnet. Das hat ja nicht fehlgebracht. Dafür sind wir genau die richtigen. Das kann ich. Das kann ich. Wird gemacht. Hier. So Metallurgie haben wir noch nicht. Kein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich fein. Ich könnte schwören. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Und wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt. Ja. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. Ja, mein Herr. Auf in den Kampf. Aber dessen Schützen wäre natürlich auch praktisch. Wenn wir ohnehin schon Eisen ausgeben müssen für die Schützen. Die waren alle ja noch hier drauf. Mist. Wie viel brauchen wir für 300? Wie viel brauchen wir 600? Das reicht nicht. Ich kann nicht segnen und ich habe noch gar keine Kathedrale. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Nur Mut. Wir werden ziehen. Feinde greifen euch an. Macht sie nieder. Ergreift sie. Ergreift sie. Ergreift sie. Ja, sofort. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre. Feinde greifen euch an. Ja. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Auf in den Kampf. Ja, mein Herr. Angriff. Der Scheiß-Kanone. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einer eurer Sägewerker ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Wie ihr wünscht. So, Metallurgie. So, Metallurgie. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Ihr habt... So, wir haben jetzt doppelte Steuern. Damit sollten wir jetzt langsam mal... ...hier Land gewinnen. Und ich glaube, hier oben ist auch Ruhe, sobald die Kanonenmanufaktur weg ist. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ausseit gesegnet. Dafür sind wir genau die Richtigen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr werdet angegriffen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Heurig. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Jupp. Kein Problem. Natürlich. Gell. Wir erledigen das. Zahltag. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Seid unbesorgt. Seid unbesorgt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elf. So, jetzt sind das auch Abalestenschützen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Neue Technologie, sehr schön. Es gibt zu wenig Betten in eurem Land. So, Schwaben von Speerträgern können wir nochmal erhöhen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Feinde greifen euch. Da kommen sie wieder. Feinde. Feinde. Statt mich anzustarren, solltet ihr euch mal um eure Gelehrten kümmern. Das sind doch alles Unwissende. Ich hätte da eine neue Idee. Wie mein dieses und jenes. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Die Kanonen hauen so rein hier. Wir kümmern uns darum. In Ordnung. Für Ruhm und Ehre. Das Gebäude ist ausgebaut. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Wir kümmern uns darum. Das zerstört doch jetzt endlich mal die Kanonen. Wenn ihr genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertisch. Einer eurer Helden wird angegriffen. Natürlich. Wird gemacht. In Ordnung. Ja. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Natürlich. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Heilig Sprechung. Sie versignen die Bewohner der Stadt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir brauchen Schwertkämpfer, wenn wir das Gebäude einreißen wollen. Ihr macht das hier. Ihr macht das hier. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Euer Wunsch ist mir Befehl. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wie ihr wünscht. So. Ihr seid fertig. Ihr werdet angegriffen. Ist hier noch irgendwo Eisen? Ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Eine neue Technologie ist erforscht. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. Erik bleibt hier hinten. Ausbau abgeschlossen. Eine neue Technologie ist erforscht. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann können wir los. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sofort. Euch fehlt Eisen? Na super. Das hat gerade noch gefehlt. Aber ich hab jede Menge Holz. Ja. Wie ihr wünscht. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Feinde greifen euch an. Euch fehlt Eisen. Das kann ich. Gell. Mal gucken. Vielleicht reichen die Schwertkämpfer ja schon. Wir müssen ja erstmal nur die Kanonengesterei zerstören. Weil die Kanonen sind das, was reinhaut. Das macht immer allen meinen Fortschritt zunichte. Wenn man dieses Teil mit jenem zusammen und ein wenig hiervon und vielleicht etwas davon, dann... Oh. Eure Siedler werden gesegnet. Seid unbesorgt. Ja, Herr. Ja, der soll bitte auf den einen Hauptmann schießen. Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Folgt mir, Brüder. Für die Ehre. Auf in den Kampf. Leert sie das Fürchten. Lasst mich eure Wunden sehen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Der Handel ist beschlossen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wird gemacht. Sofort. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Habt acht. Die Falle ist aufgestellt. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Natürlich toll, wenn sie direkt neue spawnen. Bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Gerade die einen zerstören, dann spawnen sie direkt neue. Dann sind erstmal Schützen meine Priorität. Was soll ich machen? Ich glaube, meine nächste Investition muss Pilgrim sein. Aber das bringt mir auch nichts, weil mein Bevölkerungslimit das nicht zulassen wird. Forschung abgeschlossen. Der Handel ist beschlossen. Jawohl. Natürlich. Ja. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Sofort. Sofort. Wird gemacht. Sofort. Sofort. Wie ihr befehlt. Barmgeschwindigkeit. Kaufen noch mehr Eisen. Wird gemacht. Ihr werdet angegriffen. Wir kümmern uns darum. Bis in den Tod. Eigentlich müssen doch die Bogenschützen. Wobei, ne. Bogenschützen outranging nicht. Wir können aus Kanonentürme gehen. Dort oben im Baum. Macht sie nieder. Bis in den Tod. Angriff. Das Gebäude ist ausgebaut. Aber gern. Einfach die ganze Map scouten. Die Erforschung einer neuen Technologie. Was ist denn hier noch? Also ich meine ja hier hinten. Aber ich glaube hier hinten war doch auch der Gegner. Dann muss man doch irgendwie später langen. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. So soll es sein. Hm. Ja, ja. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Aber gern. Habe ich die? Ich glaube, die Tag hier bringt nichts für den, äh, für die Kanonentürme, oder? Ja, ich bin einfach durch. Aber es bringt mir noch nichts. Ich muss die Kanonanufaktur doch zerstören. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Handel bestätigt. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. In Ordnung. Ich tue mein Bestes. Ich hab getan, was ihr wolltet. Deshalb will man einmal richtig spielen. Hier wirklich die Gegner-Counter mit den richtigen Einheiten. Na, gut. Da haben sie einfach ein Kanonenturm hingestellt. Das hier sieht nach Dorfzentrum aus. Hallo. Ihr richtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt aufnehmen zu können. Wenn man dieses Teil mit jenem zusammenhält, zusammen und ein wenig hiervon und vielleicht etwas davon, dann... Oh. Was kann ich für euch tun, Sidi? Sofort. Gern. Euer Wunsch ist mir befehl. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Auf in den Kampf. Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Euer Wunsch ist mir befehl. Sofort. Leert sie das Fürchten. Ja, mein Herr. Die Feinde greifen euch an. Attacke. Wird gemacht. Leert sie das Fürchten. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Bis in den Tod. In Ordnung. Ja. Macht sie nieder. So. Schützen. Wir. Eure geht mit. Es beginnt zu regnen. Aber ich habe es jetzt immer, wenn ich in was anderes investiert habe als Havalestenspam, habe ich es immer bereut am Ende. Sie scheppert. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Wie ihr wollt. Hierfür benötigt ihr mich. Ich verstehe nicht, warum Projektile überhaupt eine Reisezeit haben. Sie aber dann hingegangen sind und gesagt haben, sie treffen immer. Ergreift sie. Wie ihr wünscht. Reisezeit macht nur Sinn, wenn du doch ausweichen kannst. Ich meine, das hat der Age of Empires schon. Wie, wann kam das raus? 98? 99? Ich glaube, es kam gleich in der Abisitler 3 raus. Hier gibt es ja irgendwie, glaube ich, diese Geschichte von der E3, wo es hieß, die Age of Empires Leute hätten die ganze Zeit auf Siedler geschielt. Für Ruhm und Ehre lehrt sie das Fürchten. Das kann ich. Attacke. Gerr. Für Ruhm und Ehre. Der Tag der Abbrechung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. So, jetzt können nämlich ihr auch herkommen. Lehrt sie das Fürchten. Angriff. Attacke. Für Ruhm und Ehre. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Attacke. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Einer eurer Hilden steht. Ich sag mal so, die Crawford und Volklung, die beiden Missionen, wünschen sich, dass da so viel los wäre. So soll es. Lasst mich eure Runden sehen. Macht sie nieder. Hier, das ist aber echt, das ist echt beschissen, dass sie halt wirklich die Auf-on-Top-Spawnen. Für Ruhm und Ehre. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Na also. Okay, jetzt habe ich die Kanonen einfach übernommen. Ich meine, da sage ich nicht Nein zu, aber... Na gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Macht sie nieder. Pilgrim? Jawohl. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Eure Priester haben ihre Gebete noch nicht beendet. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So soll es sein. Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Jo, dass sie die Skript-Missionen auch nicht vertont haben, ist so ein bisschen... Gut, das haben sie in den vorherigen Teilen auch nicht gemacht. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber gern. Aber dass sie halt auch noch bei... Nebel... Dass sie bei Legenden dann auch schon halt wirklich nicht mehr sich die Mühe gemacht haben, finde ich auch im Nachhinein ziemlich schade. Gerade weil sie ja auch die Kerberos-Kampagne da hatten. Sie schebert. So, wo kamen denn... Wo kamen die denn hier durch? Ich hab irgendwie gekauft, dass das hier irgendwie lang ging. Auf in den Kampf! Ihr werdet angegriffen! Das kann ich! Das kann ich! Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch! Wenn man dieses Teil mit jenem zusammen und ein wenig hiervon und vielleicht etwas davon... Dann, ihr zieht uns das letzte Hemd ab! So hohe Steuern hatte ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen! Seid gesegnet! So, wir können mal Chemie erforschen! Verteidigt euch! Bissen an! Nichts lieber als das! Achso, Pilgrin ist auch hier! Das könnte ein bisschen lauter werden! Ich hab irgendwie erst gedacht, das wären drei Leibeigene, oder vier Leibeigene, so rum. Wird erledigt! Na gut! So, Streitlanzenträger befüllen wir jetzt mal zuerst auf. Lass mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen! Dort oben im Baum! Lass mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Gebt Acht! Euer Dorf wird angegriffen! Okay, hier gehen sie aufs Gemeindezendrum! Ich bitte nur in eurem Reich! Achte mal! Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen! Aber gern! Ich bin fertig hier! Kann ich jetzt Feierabend machen? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern! What a lovely day! But alas, I am deep migration! So I must reach me burn! Feinde greifen ihn an! Ausbau vollbracht! Dario? Meinen Verbündeten soll nichts geschehen! Es gibt nicht genug zu essen! Daher liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld! Nur Mut! Wir werden siegen! All eure Wohnhäuser sind belebt! Aber es gibt noch obdachlose Siegner! Das Gebäude ist ausgebaut! Das Gebäude ist ausgebaut! Gut! Dafür sind wir genau die Richtigen! Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Ja! Ja, mein Herr! Es gibt nicht genug zu essen! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, ist gut! So! Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder eine Garnison! Und einen Schießplatz bauen wir hier unten! So, ab jetzt sind wir aber nicht mehr akut bedroht! Aufzentrum unten links! Hier ist noch eins! Ja, ist gut! Euer Wunsch ist mir befehlt! Zahltag! Einer eurer Sägewerker ist traurig! Weil die Steuern zu hoch sind! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Eure Siedler werden gesegnet! So, fahrt! Natürlich! Ja, ist gut! Nichts lieber als das! Ja, ja! 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 Weißt du schon, welche Freispielekarte du danach angehen würdest? Ähm, nee, weil ich die Liste nicht im Kopf habe! Fertig! So, jetzt brauche ich mal langsam hier die Starter-Tags, dass ich die Sachen bauen kann. Aber dann bauen wir in der Zwischenzeit hier mal ein paar Aussichtstürme. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch Obdachlöse-Siedler. So, Hellbarriere und dann kaufen wir noch ein bisschen Eisen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Aber ich glaube, die hier ist schon mit die härteste von den Freispiel-Cards, weil der Rest einem relativ viel Freiraum lässt, wie man spielen möchte, beziehungsweise ob man überhaupt militärisch spielen möchte. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau fertig. Aber gern! Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Hier war doch dieser Engpass, meine ich. Aber gern! Ich glaube, vor fünf Jahren habe ich die Karte schon mal gespielt, als die History Edition rauskam. Huah! Huah! Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Bergfeste... Ja, Bergfeste habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Ich habe getan, was ihr wolltet. Oh, jetzt macht die hier oben auch noch Stress. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht... Die käme man denn auch mal auf die Idee, dass jetzt mal hier oben Ruhe wäre. Nur Mut! Wir werden siegen! Wird erledigt! Hm... Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Sie schebert! Aber sie scheinen auch sich in erster Linie mit den Dorfzentren zufrieden zu geben. Ihr habt nicht genug Taler. Hand drauf! Gerr, ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum! Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich finde es auch erstaunlich, dass Kanonen Sachen angreifen können, die sie gar nicht sehen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Für Ruhm und Ehre. Ausbau vollbracht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauert. Der Tag der Abwechslung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ha, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ausbau vollbracht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Eine neue Technologie ist erforscht. Ist hier oben noch ein Außenposten? Weil das hier sieht so leer aus. So. Ja, Helden sind... Dario hat halt seine Einschüchterungsfähigkeit. Die kann ganz hilfreich sein, durchaus. Aber ja, Erik, Salim, Helias sogar wegen seiner Bekehrungsfähigkeit. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das kann ich. Bis in den Tod. Ja, wobei, ich finde, der Falk ist ein bisschen unterwältigend hier. Das kann ich. Wird gemacht. Weil er eigentlich ja nur ein Newscase hat, wenn es ein Ort ist, wo Dario nicht hin kann oder nicht hin soll. Und er fliegt auch gefühlt nie wirklich besonders weit. Aber guckt euch das an, wie viel die rumstehen und nichts tun. Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt nicht genug zu essen. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Attacke. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Euer Wunsch ist mir befehlt. Wird gemacht. In Ordnung. Ja. 6.000 Taler könnt ihr uns wirkungsvoll unterstützen. Gut. Wie ihr befehlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Jawohl. So soll es sein. Nichts lieber als das. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Siedler werden gesegnet. Eisiger Fjord ist, glaube ich, die mit Herberos, ne? Herberos und Mary de Moffa. Die habe ich auch einigermaßen gute Erinnerungen, die Map. Die und Küste von Arthos, da habe ich auch viel Zeit verbracht. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei, wie ihr wünscht. Das kann ich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ist hier noch irgendwo ein Eisenschacht? Nein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Seid gesegnet. Dunkelpöramide. Ich ernähre mich dunkel. Da waren ein paar krasse Karten in den Add-ons. Die Kampagnen haben ja da auch gut angezogen. So hohe Steuern habe ich mein Liegtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, wenn Türme die gleiche Gebäudeklasse hätten wie alle anderen Gebäude auch, dann hätte man direkt dieses Bogenschützen-Problem gelöst, weil die dann super ineffektiv wären. so dass es ewig dauern würde. Dann hast du immer noch Bogenschützen überlegen gegen Unferntrieb. Aber man muss selber mit Schwertkämpfern anrücken, um halt irgendwie Türme einreißen zu können. Jawohl, wie ihr befehlt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja! Ja, Herr. Ja! Ist hier oben überhaupt noch irgendwas? Ausbau fertig! Ausbau fertig! Das kann ich! Das Gebäude ist nun ausgebaut! Euer Wunsch ist mir befehlen! Aber man muss schon sagen, diese Map ist halt wirklich schön gestaltet. Ich bin auch froh, dass sie davon auch eine friedliche Variante angeboten haben, weil hier macht halt Bauen auch Spaß. Du wirst belohnt, du wirst scouten. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie ihr wünscht. Ja, Herr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich habe noch einen Eisenschacht. Das kann ich! Aber hier ist doch 100% auch ein Dorfzentrum. Sofort! Na gut! Ja! Wird gemacht! Wie ihr wünscht! In Ordnung. Wir kümmern uns darum. Hm. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Regenfall, ihr müsst auch oben ein Dorfzentrum sein. Es kann doch nicht sein, dass hier auf weiter Flur nichts ist. Es ist Zeit. Sofort! Sofort! Es ist Zeit! Sofort! Wir kümmern uns darum! Ja! Wir kümmern uns darum! So, gibt es noch irgendwas, was mir an Tags fehlt? Ah, kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen, ich mach das schon. Hm, die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Fertig? Fertig? Ja. Sofort. Das kann ich. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist Zahltag. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das kann ich. Es regnet. Es gibt nicht genug zu essen. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wenn's denn sein muss. Jawohl. Ja, ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, mein Herr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Angriff! Jawohl. Ja, fertig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Nur Mut! Wir werden siegen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Bis in den Tod! Ach stimmt, wir können den Verbündeten ja auch noch losschicken. Ich tue mein Bestes. Fertig? Mal sehen, ob er rechtzeitig ankommt. Ihr werdet angegriffen. Sofort! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir befehlen. Ha! Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Macht sie nieder! Es ist Zahltag. Einer eurer Sägewerker ist traurig. Weil die Steuern zu eurer Priester sind wie Bewohner der Stadt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Feinde greifen euch an. Sofort, wie ihr wollt. Streitet furchtlos! So soll es sein. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Vorsicht, Kameraden! Natürlich. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Es gibt ein HD-Texture-Pack für Erbe der Könige. Das weiß ich. Aber ich hab das nicht zum Laufen bekommen. Vor allem mit dem... Bis in den Tod! Mit dem anderen Updater. Dass das sich nicht beißt. Für Ruhm und Ehre. Ähm, Bros, wollt ihr vielleicht mal ankommen? Bis in den Tod! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ihr werdet angegriffen. Ja! Auf in den Kampf! Ja! Für die Ehre! Macht sie nieder! Nur Mut! Wir werden siegen! Für Ruhm und Ehre! Es ist Zeit. Also selbst wenn ich die Datei gelöscht habe, die die Texte austauscht, weil damit ist es, glaube ich, inkompatibel, dann sehe ich keinen Unterschied. Attacke! Feinde greifen mich an. Ergreift sie! Wir kümmern uns darum. Auf in den Kampf! Angriff! Auf in den Kampf! Nur Mut! Wir werden siegen! Angriff! 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 Feinde greifen euch an. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf! Und die laufen hier rein. Okay, das war Datmoor.